Hallo! Ich dachte russisch. Russisch, ja. Ihr schleicht aber! Ja, los, jetzt rusten wir da. Hier, hier, back then, hier. Ooooooh! Chris ist alleine drauf. Wo seid ihr denn alle? Ich komm nicht durch, hier ist Feuer. Was war das denn? Da kam eine Granate. Ja. Ne, die, die noch eine! Ey, ey, ich geh dich doch. Ach, ein Flo lebt ja auch noch! Hier, 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 links. Zwischen die Augen! Hell, oder? Oh, hell, 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 hell! Doch, 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 doch! Oh, shit. Ein Gegner übrig! What? Ich hab mir das denn noch gewonnen. Ich hab gedacht, der Typ ist allein und plötzlich streifle er rum. Wow. Hey, ich hab... Warte mal, wie viel stand hat die gemacht? 120 nur durch Granatenschaden. Das waren zwei Stück. Ich hab ganz viel Schaden vom Bot und von Molly genommen und da war ich tot. Ja, da... In der Smog war auf einmal ein Feuer und dieser komische Bot. Ja. Hab ich gemerkt. Da wollte ich nicht da rein. Hab ich gemerkt. Oh man. Coole Runde. Ich hab gleich gebrochen. Das geht so. Ich bin immer zweit hinten, wenn wir draufgehen und dann bin ich zu spät da. Rauch ist raus! Unterdrücke! Gegner unterdrückt! Was für ein Verteidiger spawnen! Schön! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Oh Gott! Aua! Den hab ich ganz leicht abgestaubt. Einer kommt von dem. Ein Gegner übrig! Mach los! Die haben ja auch gut! Die Welt! Saubere Arbeit! Lade nach! Lade nach! Spiel! Was ist das? Ah! Oh nein! Skin-Hurr! Ich hab mal so lange er nett ist und nicht so die ganze Zeit penetrant fragt. Ist das wohl in Ordnung? Naja... Er kann schlecht fragen, weil die ist im Gegner-Team. Ja, nur Rosen im Gegner-Team. Jawohl! Wow! Rassistisch! Ja, guck dir doch die Sprache... äh, die Schrift an! Die gibt's nicht in Frankreich! Ich schalte die Technik von Killjoy ab! Guck, okay! Wenn man tapst! Ja! Wenn du triffst, dann helfe ich dir! Du bist wieder nur Frenzy! Die haben mich damit abgeholt! Unterdrücker! Na ja! In Anarsch! Siegel im Verteidigung! Karate los! Ah! Ah! Boah! Die Reina ist unspot! Spike in B! Hopp den Spike! Oh nein, der Brot! Ah! Der Brot! Run! Ordzeit, Ordzeit, Ordzeit! Ordzeit! Überhaupt wechsel ich! Ich hatte doch noch Schuss drin! Hm, vor allem ist ja auch nur Einzelschuss! Ja! Ja! Macht's nicht gerade so! Egal! Können wir noch? Nee! Doch! Doch! Fuck! Vergesst nicht eure Fingerabdrücke abzuwischen! Das gehört sich so an einem Tatort! Spare gerade! Das ist so hart, dass wir sparen müssen! So knapp! War halt Risiko zu ziehen! Können zumindest ein paar Gammelauf kaufen, oder? Ja! 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 Okay! Voll! Er kann doch immer noch danach! Hm! Schalte sie ab! Oh! Die Racer's load, die hat Natshop bekommen! Ah! Short ist wer! Da ist molly da! Ach! Immer anmarsch! Das ist mein Short! Ah! Shit! Mit Marken! Lass mal pushen! Pushen! Wo ist denn jetzt? Komm schon los! Danke! Spike platziert! Oh! Für die Flash! Heaven! Vorsicht! Ich bin nicht da! Ich bin nicht da! Ich bin nicht da! Ich bin da! Ich bin da! Ich bin da! Ich bin da! FPS-weise. 80 nur. Oh nein! Nur 80 FPS! Wie viel kannst du haben? Ah! 144. Warte mal, Anzeigeanstellung. 60. Warte, erstmal was kaufen im Moment. Vielleicht hat der Liard-Abteilung geschafft. Mission erfüllen. Legen wir los. Es geht los. Es geht los Flo! Ja! Ja! Gott, ist der laut. Der brückt mir voll ins Ohr. Hm. Oh, voll abgelenkt. Die Jagd beginnt! Blinde! Der Spike aufgenommen. Spike in B. Ist uns gut. Oh, der kommt wohl. Letzter Leben der Verbündeten. Abschuss bestätigt. Granate los! Ich werde jetzt reinstellen. Ah! Warum dass du das willst? Oh no! Besonders gemütet. Ich glaube das soll so. Er hat 44. Dann war das nicht. Ich spüre die Anstrengung. Ignorier es um. Oh, ich bin ja noch muted. Aber das war in den ersten Runden. Und ich gebe die ganze Zeit Ansagen. Keiner reagiert. Ne, es hat auch immer so gepasst. Der können wir noch? Ja. I love you man. Keine Sorge. Ich bring sie zu schweigen. Ist doch nicht. Mensch. Ach, der da geht's. Er schaut einer. Das war noch alle. S, S, S. Nee. Gib, gib mir eine Leiche. Nein! Ich habe hier sogar 100 gemacht, der Race. Mann! Mit der Kamera. Nein, scheiß Wand, ey. Warum habe ich sie durch die Wand getroffen? Schade. Wäre ich da gewesen, hätte ich sie abfackeln können. Sollen wir A reinpushen? Jo. Aber dann komm bitte mit. Ich möchte nicht an der Leiche. Was ist los? Oh, anscheinend machen wir hier alles. Okay. Oh, er piekt ab und zu einer. Rechts. Äh. Wo verstecken sich denn alle? Ja, wir nach. Vorsichtig. Äh. Spricht das weg? Ich werde nur frei platzieren. Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten. Und die Jatt beginnt! Ahhhh. Operator Heaven. Dort durch. Und Zeit. Wir gehen mal irgendwie auf Zeit. Dir die Schuße. Lass den Himmel leuchten! Oh shit. Molly. Letzter Leben der Verbündeter. Nein! Oh, die können nicht mehr. Ach, schaffen die nicht. Nice. Sparsam. Ohhhh. Geil. Das geht. Wenn sie was im Schilde führen, sehe ich es. Schön für ne halbe Runde. Denn, alter. Was? Du lagst. Ich versteh dich nicht. Vielleicht deswegen. Tja, ich muss hier Sachen prüfen. Gut gemacht. Prüf mal. Oh, really? Was macht man da oben hier? Ey! Ich rede mit der Schottenpiken. Er rennt da einfach nach. Na ja, uns hätte es einer links. Hey. Herr auch, im Anmarsch. Ich hab die Kamera. Oh no! Herr auch, im Anmarsch. Also, ich werde besser abkommen. Ja, wir können auch. Und On-Spot irgendwas. On-Spot ist tot. Oh shit, ich muss weg. Oh. Oh. Einer ist durch an der Treppe. Main und spawn. Unterdrückung aktiv. Letzter Leben der Verbündete. Fakt, die Hohre. Nein! So gar nicht. Oh, dass wir einfach Main gucken sollen. Nicht spawnen. Fuck. Fakt. Passt genau auf. Vielleicht lernt ihr was. Ich glaub A kommen wir besser voran, oder? Jo. Wollen wir hart und A fortflaschen? Können wir auch machen, ja. Die wollen mit immer zu. Einen Shot guckt gefühlt nie einer. Das ist glaub ich der Broomstone. Dann machen wir ihn tot. Machen wir ihn tot. Machen wir ihn tot. Töten wir ihn. Links. Links. Nice. Ja, Killshot ist auch noch da. Killshot ist auch noch da. What? Was noch? Nö. Nö. Die beliege Version davon. Links war die. Ich hab ne K. Nein! Mit einer Kugel. Nö. 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 Hau du mal? Nö. Bei der B. Ne, Mitte war die immer. Eigentlich. Okay, Joy war immer mit ihren Spielzeugen offen. Ja, die Spielzeuges sind immer B. B? Und sie hat Mitte geguckt. Blöde fatze. Warum die auf einmal da rumtun, weiß ich nicht. Können wir da in der Mitte versuchen mal? Kannst du die Eiswanden? Ja die kann man... Machst du doch weg? Jaaaa Das ist kein unüberwindbares Hindernis Muss das weg sein glaube ich Ja, das ist theoretisch Okay Ja ich brich main Jetzt B oder? Ja Main 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 Äh Mitte 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 Ein Gegner übrig Dumme CT Wo verstecken sich die Karte? Deiner steht WTF? Okay Guckst du nicht, bist du da so reingerannt? Ja, ganz komisch geguckt Äh gehören wir da A, ich buch schon rein Okay Ich brauch Beute Danke dir Aber Ults eh Heaven Danke 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 sehr Danke sehr Ihr wisst was zu tun ist Meine Ult ist bereit Ahhhh Ahhhh Ihr bleibt alle hier So denn Lade nach Uhhh Komm schon Ich bin zu weit hochgekommen Nein Peel mich noch Nein Nein Soll ich kill? Ich hatte 2 AP Spike Blöck Standpack bereit Guckt ihr Heaven? Wir haben hinten fallen glaube ich Ich will über Shot pin Irgendwer ist Shot Ich bin nicht in Reichweite für Ult Das müsste mir eben auch nicht machen Zwei Shot, einer On Spot Zwei Onside, einer bei Hell Lass den Himmel leuchten Ein Gegner Jetzt hätte ich Immer noch Alle Ich brauche nur eine Nice Bisschen ungünstig, dass alle dann auf einmal hinten waren Letzte Runde in dieser Hälfte Ne, deswegen bin ich weggegangen Dass ich da nicht aufstehe Ich könnte jemanden kaufen Ich brauche das Dankeschön Gut gemacht Ja Hier antäuschen und dann zu A Übermitte Da sehen die uns ja eh nicht Hä? Hast mich dein Ding gerade hängen gebrochen? Ey diese Kamera Nö I fucking hate it Bewegen sich Also ich würde besser anfangen Jetzt A Wir wurden gesehen Oh Oh Brimstone hat uns ge Komm zurück, oder? Ja Ja ja, geht wieder B Da unten Warte Und CT Ja Oh really? Einer Mitte, einer Asshort CT, CT ist noch, wer Achtung CT, Mitte und Asshort Das ist die letzte Oh der ist schon durch Unspot Oh der ist schon durch Fuck Oh der ist ne Waffe Der ist nicht mehr voll Ein Gegner Ein Gegner übrig Nice, nice Der war zu letzter Asshort Ey was fuck Bis seine Waffe ist leer 15 Schoß reicht 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 Ich glaube er hat gerade in Market Und du hast den Peck fallen gelassen, oder? Ja Siehst du, wenn er... Letzter lebender Verbündeter Andere Seite, ja Bereit fürs Höllenfeuer? Ich hör nichts Ich hab nichts gehör... Ich hab nichts gehör... Boah nut Ist das nichts gehört? Wegen der Ult Hättest auch noch Ult gehabt Ja, aber ich wollte die da nicht Unzeit nehmen Das war ja auch... Seitenwechsel Laufen wir los Jetzt kann ich meine Diegel spielen LOL LOL LEL Die Was geht's? Drei Stück hier Oh, die haben Messer gekillt Die gehen Mitte, die gehen Mitte Mitte nach A hin Oh, nein, ja, die sind durch Wie viele Tore ist der Ekel da? Den Schlau durch Jo Ich brauch ein bisschen, ich hab ne Wand hier oben Bin geht A main Die hockt ja ganz leicht Einer scheint hell zu sein A main ist der Brimstone Letzter neben der Mane Dann AIM Wow, wie tut die das denn denn? Wie hast du ja Sage gemacht? 4 Treffer 94 Denk daran da draußen miteinander zu reden Kommunikation ist alles Hey, jetzt sind meine FPS wieder besser Nichts gemacht Versteh ich nicht Macht wohl irgendwas im Hintergrund Macht wohl irgendwas im Hintergrund Mach ich mit Gebt alles Und smoke hier, Chris Schnell, 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 schnell Komm, über Mitte Mitte ist Killjoits Turret Und irgendjemand anderes Nein Ah main Ah main Ah main Durch, durch Fuck Arschort Mitte ist noch immer Ich hab 85 gemacht 36 What? Wieso hat denn ne volle Rüstung? What the fuck? Immer noch Arschort Du hast ne Waffe Du hast ne Waffe Nein Bereits für ne kleine Lichtshow? Hätte ich mal so'n scheiß Draht geklauft Hä, was ist jetzt oben ins Auto? Warum ist der hier? Weiß ich nicht Mitte ist auf jeden Fall wieder komplett abgesmaugt Dann geh ich mal Ah, 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 ah Hier sind Gegner bei A Ah, ah Hör auch im Anmarsch Ich werfe alles hier Oh, das war toll Lade nach Spike platziert Nein Daneben der Verbündeter Ob sie leer Ist von dir All diese Zwooshzaut Das er so laut ist Wenn die Raze springt Mhh Denk dran Nicht ins Feuer gehen Total die komplizierte Taktik Vergesst das nicht, ja? Jetzt sind wir im Aus Lass mich mal nächste Runde rüber Wart Lass mich mal nächste Runde rüber Wir müssen unsere Verteidigung verstärken Oh Ganz viele Steps hier Oh Mann, sie fliegt wieder um 90 Grad und gibt mir einen Headshot Oh nein Nach oben, man, ich wollte jetzt da Die Jagd beginnt Oh boy Bleib doch da rechts oben, ich hab da abgelenkt Spoken, der nicht hat so viele Spokes Nice Treppe, 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 Treppe Schnell, 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 Schnell Wo ist denn gute Waffen? Links in dem habe ich zwar all Job, let's go Das der Omen das geschafft hat, ey Einfach sich drauf zu porten Naja, wir haben so halb, ne? Doch, er hat sich drauf geportet, während er die geblendet hat Lass mich mal trotzdem rüber Da fang ich Vielleicht kommen die jetzt wieder und dann fangen die Fallen die mal ab vielleicht Jetzt fühlt sich wieder alles butterweich an Was hast du geändert? Nichts Vorne was gemacht Das ist, wenn man aus Versehen Windows 11 installiert Ich wollte das nicht Ich kann nicht gucken Was macht der da? Ja, auch im Anmarsch Alter Wie kann man denn so geile Headshots machen? Oh Ihr werdet meine Verbündeten nicht töten Rayna ist durchrechten Rayna ist short Spike in A Ich hab 18 AP Können auch sonst in die Mitte kommen Oder B, aufpassen Bereit fürs Höllenfeuer? Nein Oh Ja Und so oben wird jetzt Cocky mit dem Teleport Er hat sich einfach vier Leute teleportiert Ich mach doch schon die ganze Zeit Okay, er ist die ganze Zeit Cocky Was ist der jetzt hier? Seht zu und lernt Seht zu und lernt Hier ist was? Killjoy mit 55 Killjoy mit 55 Jetzt haben wir das Morgeneinander Schaut durch Oh Ich bin nicht neben mir Oh Spike in B Spike in B Also ich wird fest Hier wird gehalten Oh, und noch Volt verschwindet Das ist hier Oh Das war für sie Oh Gott Oh Gott Oh Oh Gott Nein 160 60 Oh Mann Aber schön, haben die noch ein bisschen was verschwindet Und Rüstungen angekratzt Das können wir nutzen Haben wir nicht eben Eco gemacht? Ja Ja Das war eine Eco Lass mich danach die Runde mal wieder auf B Ich weiß nicht ob ich mit ULX spotten gehen soll Ich geh Ich geh Äh, Smogs B Ah, meine ich, sorry Kevin, lass die ruhig drauf gehen Vielleicht Einer ist mit meinem Rad gesehen Okay Der steht hier an Direkt an dem Ding Mh Nichts geht Nein Jemand ist bei A Einer ist bei B Da war noch einer Und hier geht Short ab da Short ab da Short hab ich zugemacht In B Ja Ja Sage ist auch schon dort Oh Komm schon los Spike platziert Lass den Himmel leuchten Äh, Main Oh Ich hab den anderen gesehen Nice Aber irgendwo den Orb hier geschmissen Auf Punkt Auf 40 nur Das gibt's nicht 80 Nice Ich hatte da die ganze Zeit in der Ecke Soweit kann man hier mit erholt nicht Aber es war gut, dass du da warst Und die Rain hat da nicht geholfen Alles gut Alles gut Alles gut Jetzt wieder runter Weil du so viel wackelst Wenn ein Glied bricht wird er Ach ja ja, lass mich noch rüber wieder Da oben geht wieder Ich werde euch finden Hier ist was? Mann Ich hab zu viel gesteppt Rauch ist raus Abgeschafft Noch zwei Main Stimmt, Heck, hier Splitter Wo hat sich der denn da rein, ey? Um mir den Umpunkt zu geben Ich kann resten jetzt Ich brauch eine Verschaffe Zwei Stück noch in Main Nein, mindestens Notfall zurücksetzen erforderlich Ach man, 80 in Mitte Ihr werdet meine Verbündeten zu töten Letzter lebender Verbündeter Nein, damit wird auch falsch The fuck? Die wussten doch, dass du da bist Ja Spike platziert Da war es nur noch zwei Das sind noch zwei War die Killjoy hier nicht? Das klang wie von unserem Spawn, ja Ha! 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 Unser Omen suizid Suizidiert zu viel Was ist ein Verb für Suizid? Matchpunkt Und das Wasser, ja? Doku Das ist eher so Doku-t-feel Tja! Nicht mehr so viel Money So passt perfekt Eheheh Du warxel not of time Oh man Nix hier Scheiße Mitte durch Ja, ich musste gehen, gehst vorsicht Ich glaub ich hab was gehört Spike in der Mitte Spike in Mitte Oh I'm sorry Ha! Mann ey, diese Fatze Einer spawn Oh was? Letzter lebender Verbündeter Spike in B Wie war der erste Ken-Hit? Vielleicht genug hits Gefühlt fasst du drauf Spike platziert Einer hat Onsward geschossen gerade Mhm Ein Gegner übrig Er hat Ult Ja so kurz Take Bereit fürs Höllenfeuer? Bereit fürs Höllenfeuer? Kannst nicht mehr Zeit heilen Aber eine Seite ist... Die andere Seite geht noch Ey guck Andere Seite, ja Ich muss sogar noch nur mal zur Hälfte Angreifer gewinnen Schatiii Warte, ich starte mal eben kurz einmal das Spiel neu Ich geh schnell aufs Klo Ok Beziehungsweise ich starte einmal PC neu Beziehungsweise